Ich warte gerade auf das Luminar Neo Update 1.0.2, denn zugegeben, nachdem nach der Early Access Version die vollständige Version rauskam, war ich doch ein bisschen enttäuscht, weil die in meinen Augen einfach nicht vollständig war. Das soll jetzt nicht heißen, dass Luminar Neo irgendwie schlecht ist, also so, nee, ganz im Gegenteil, ich habe die letzten Wochen wirklich viel damit probiert und es ist schon erstaunlich, was alles damit geht. Ich zeige dir das auch gleich, keine Sorge, vorher aber kurz ein bisschen Werbung, denn unten drunter findest du Links zum Skylum Shop, wo du Luminar Neo runterladen kannst, Testversion oder auch kaufen und du findest auch einen Gutscheincode. Aber gut, warum war ich enttäuscht? Also Nummer 1, seit der Early Access Version hat sich einfach nicht so richtig was getan und Nummer 2, es fehlen im Vergleich zu Luminar AI grundlegende Funktionen. Ich habe jetzt hier so ein einfaches Bild, das werden wir nachher noch ein bisschen besser bearbeiten, aber wenn ich hier jetzt gucke, das müsste man ja so ein bisschen nach vorne kippen, kann ich mit Luminar Neo nicht. Da kann ich hier rumsuchen, so viel ich will, das geht einfach nicht. Luminar AI kann das, wenn ich da Bildaufbau mache, dann kann ich hier, 3D-Transformation heißt es, kann ich das kippen. Eine total einfache Funktion, die der Vorgänger konnte, kann der Nachfolger nicht, das ist doch kacke, auch noch viel krasser. Jetzt habe ich hier was verändert, will ich es zurücknehmen, mache ich einfach undo oder drücke STRG Z oder COMMAND Z, zack und es ist zurück. Bei Luminar Neo kann ich Dinge verändern und kann so viel COMMAND oder STRG Z drücken, wie ich möchte, es passiert einfach nichts. Und das ist doch kacke, solche grundlegenden Funktionen. Oder eine andere Sache, wo könnte man denn hier, machen wir Farbe, wo wir maskieren können, doch hier können wir maskieren. Okay, also hier habe ich jetzt die Belichtung, manchmal ist es ein bisschen langsam auch, das ist auch so ein Punkt. Und jetzt kann ich hier eine Maske machen und ich kann nur den Pinsel wählen. Also ich kann bei Luminar Neo nur rumpinseln und kann sonst nichts machen, wohingegen ich bei Luminar AI, gut, bei Bildaufbau würde das jetzt nicht funktionieren, Struktur vielleicht, haben wir da irgendwelche Masken? Ja, da habe ich mehrere Masken. Radial, Verlauf oder halt mal. Oder auch so eine ganz einfache Geschichte wie hier, Darstellung, Histogrammanzeigen aus, an, gehen wir hier mal wieder raus hier, geht bei Luminar AI und bei Luminar Neo, Darstellung, fällt es einfach. Das ist doch richtig blöd. Oder auch im Katalog, jetzt habe ich hier dieses Bild, habe ich ein bisschen was reingemalt, halt so. Mal STRG-C, wähle ein anderes Bild aus, STRG-V und möchte diese Einstellung kopieren, passiert nichts. Geht auch nicht bei Luminar Neo. Bei Luminar AI, wir machen mal irgendwas, was wir auch sehen, dass wir was gemacht haben, so. Gehen wir dann zurück in Katalog, STRG-C, STRG-V und wir haben unsere Anpassungen einfach kopiert. Also das nervt einfach ein bisschen. Und da hoffe ich wirklich, dass Version 1.0.2 zumindest Luminar Neo bei diesen Punkten auf den Stand von Luminar AI bringt. Und die neue Version ist da, gucken wir sie uns direkt an. Als erstes fällt auf, hier oben die Ukraine-Farm, wie man das heutzutage so macht. Das hat bei Luminar oder bei Skylum aber auch einen besonderen Grund, denn die Mehrzahl der Entwickler von Skylum sitzen tatsächlich in der Ukraine. Und wie jeder weiß, haben wir da gerade einen sinnlosen Krieg, über den ich gar nicht mehr reden möchte. Es ist einfach nur, egal wo, Krieg ist immer scheiße. Und von daher könnte man es vielleicht auch verstehen, wenn die Updates nicht so ganz schnell kommen, wie das Skylum mal vorgesehen hatte. Es gab auch so ein Schedule, wo geplant ist, wann was kommt. Es gibt ja auch so die Idee, den Hintergrund komplett zu ersetzen bei Portraits und so. Und dieser Schedule, den finde ich jetzt gar nicht mehr auf der Webseite. Also das kann ich verstehen. Was ich auch nicht verstehen kann, ist diese, dass man eben so unfertige Versionen rausbringt. Aber wir haben jetzt eine Version 1.0.2 und gucken wir mal, ob die jetzt als fertig durchgeht. Nummer 1, was haben wir probiert? Wir machen unser Bild hier. Und ganz wichtig, hier wären, hier ist nicht diese 3D, hier. Aha, okay, haben wir, wunderbar, jetzt drücken wir mal ein Command Z. Das gibt es immer noch nicht. Okay, rückgängig machen, gibt es das hier irgendwo? Nein, das gibt es leider noch nicht. Durchdarstellung, es gibt auch kein Histogramm, schade. Gut, dann probieren wir hier mal, ob wir draußen, oder irgendwie, dass wir es sehen, dass wir es verändert haben. Ob wir hier Einstellungen kopieren können. Steuerung C, Steuerung V. Ah, okay, das geht gut. Also, wir haben die 3D-Transformation und wir können Einstellungen kopieren. Histogramm und Undo fällt leider nach wie vor. Aber immerhin, das ist schon mal ein großer Schritt. Wenn jetzt 1, 0, 3 kommt und auch noch diese Sachen bringt, dann wäre ich schon ziemlich zufrieden. Aber eine Sache, die ich dir eigentlich noch zeigen wollte, und zwar dieses Bild. Machen wir öffnen. Und das dauert ein bisschen. Zack, du hast gesehen. Gut. Obwohl es vorher gerade war. Ich kann dir nicht sagen, warum. Im Katalog sind die Linien noch gerade und beim Bearbeiten dann nicht mehr. Und da kann ich auch, wenn ich Entwickeln mache, da gibt es ja hier Objektivverzeichnung. Das kriege ich gar nicht richtig gerade hin. Na doch, man kriegt es hin. Trotzdem. Also, komisch. Eine Sache, die halt auch noch gemacht werden müsste, dass, wenn irgendwie ein integriertes Profil drin ist, oder was weiß ich was, in Lightroom passt und in Luminar passt es nicht. Und es war eindeutig, dass es nicht gepasst hat. Aber ich wollte dir generell ein bisschen was zeigen, was man hier machen kann mit Luminar Neo, denn das ist schon ziemlich cool. Natürlich, ja, das ist so ein Atombombenwetter hier, das wollen wir ja nicht. Machen wir Original wieder herstellen und machen erstmal zuschneiden. AI, was sagt uns die KI, wie wir es machen sollen? Ich würde es ja so machen. Ich würde es direkt in die Mitte nehmen, das Ding. Na, da kann man sich hier dran orientieren. So, und dann haben wir ja jetzt schon gesehen, entwickeln. Hier können wir die Sache ein bisschen aufstellen. Das machen wir auch, ein kleines bisschen. Da muss man mal aufpassen, dass man nicht zu viel macht. So, wunderbar. Dann der ultimative Regler, wo ist der? Entwickeln zu. Ach, das heißt jetzt verstärken. Ah, okay. Enhance heißt jetzt hier verstärken. Alles klar. Okay, das ist halt so ein Mega-Regler. Himmel verstärken. Können wir auch machen. Bei entwickeln könnte man vielleicht, gehen wir hier nochmal zurück, ein bisschen heller machen das ganze Ding. Die Schatten ein bisschen, die Lichter ein bisschen. So, und haben wir hier auch Farbe. Gucken wir, hier können wir tatsächlich Temperatur machen. Das ist doch ein bisschen wärmer. Das hat mir ganz gut gefallen. Und die Sättigung können wir auch ein bisschen reinhauen. So, jetzt wieder zurück. Das ist immer der Muss. Wenn du hier zurückgehst, dann nimmt er die Bearbeitung, die danach kam, weg. Jetzt halt, wenn wir hier drauf drücken, dann müssen wir wieder dazu. Na gut. Und jetzt sehen wir halt, die Farbe ist halt doch nicht ganz so gute Temperatur. Gehen wir wieder ein bisschen runter. Also das ist auch ein bisschen blöd, dass man eben das nicht sieht. Aber das lassen wir jetzt so. Was richtig, richtig geil ist, ist hier radieren. Da gibt es ja Kabel entfernen und Staub entfernen. Das habe ich dir gezeigt, als ich die Early Access Version mir angeguckt habe. Aber auch das Radieren so ist grandios gut. Mal ein bisschen größer den Pinsel und radieren hier einfach mal dieses Schild hier raus. Und er muss, ah nee, wir sind hier dran. Gucken, radieren, zack. Krass, oder? Das Schild kurz weggemacht. Und wenn man es nicht weiß, fällt es überhaupt nicht auf. Gucken wir, ob ihr das hier auch wegkriegt. So, und hier radieren. Nee, das war jetzt nicht so gut. Okay, ich habe jetzt ein bisschen rumgeklickt. Deshalb so wird es nicht, aber ich finde es schon ganz cool. Wenn man jetzt noch ein bisschen zuschneidet und sagt, gut, wir machen das hier unten noch ein bisschen höher. Okay, okay. Wie so oft, ich habe mich verzettelt bei der Bearbeitung. Schlussendlich sieht das Bild jetzt so aus. Alles mit Luminar Neo gemacht. Und da kann man eigentlich nicht meckern. Also allein schon, dass es dieses Aufstellen, diese 3D-Transformation jetzt gibt, das ist schon ein großer Schritt. Aber nicht nur solche Landschaftsdinger oder in dem Fall eher Architekturbilder lassen sich mit Luminar Neo machen. Eine richtige Stärke sind eigentlich Portraits oder generell Personen. Da habe ich schon ein Video gemacht, noch mit der Version 1.01, aber da hat sie bei 1.02 nichts getan. Ich würde sagen, ich zeige dir das jetzt einfach. Link mal also direkt los. Es geht um dieses Bild hier, nicht mehr das Neueste. Du siehst hier aufgenommen am 30. Mai 2008 mit einer Pentax Optio W30. Das ist der Vorgänger von der hier. Das ist eine W60. Das ist so eine Art Kamera, die es irgendwie gar nicht mehr so richtig gibt. Die ist nämlich wasserlich und trotzdem kompakt und hat halt Zoom und lauter solche Sachen. Also für diese Sachen hier, das Kitesurfen war das eigentlich ganz cool. Aber machen wir es einfach mal auf, bearbeiten und was ich hier eben machen möchte, was man hier sieht, es ist eigentlich alles scharf, wie das eben bei so Kompaktkameras ist. Wobei, wenn man es genau nimmt, ist das Gesicht nicht mehr richtig fokussiert, sondern eher da hinten. Aber wir haben hier ja das Portrait Bokeh. Das machen wir einfach mal an und ziehen die Menge ganz hoch und gucken, was passiert. Ja, ein bisschen gewartet und das ist passiert. Sieht auch schon ganz gut aus. Wenn man genau guckt, sieht man allerdings, ja okay, guck, hier sieht man sogar, was er gemacht hat und was er nicht gemacht hat. Das heißt, da müssen wir mit den Masken ein bisschen nachhelfen. Also gar kein Problem. Wir können Fokus oder Defokus machen. Man sieht, hier hat er ein bisschen, meint er wie ein Hintergrund. Also machen wir da einfach Defokus. Den Pinsel ein bisschen kleiner. und pinseln, nee, Quatsch, ich muss ja Fokus machen. Quatsch erzählt. Ich muss hier Fokus machen und pinseln das hier rein, dass es rot wird. Dass er das eben fokussiert. So, und jetzt haben wir, hier haben wir etwas. Da meint er, das würde zum Vordergrund gehören. Da machen wir jetzt Defokus. Malen es und malen es eben. So gut wir können. Aus. So, kann ich ein bisschen größer machen. Und was hier ist, so. So, und jetzt gucken wir mal. Sieht doch eigentlich gar nicht schlecht aus. Gut, hier können wir vielleicht noch ein bisschen nachhelfen, aber im Großen und Ganzen, guck mal hier, das ist ein kleines bisschen. Was haben wir jetzt? Defokus. Okay, also hier können wir am Rand noch ein bisschen nachhelfen, aber das wäre jetzt. So, wenn man sich das Bild komplett anguckt, fällt das überhaupt nicht aus. So, hier der Kite. Alles richtig gemacht. Ach nee, guck mal hier. Ha! Hier muss ja ein ganz großer Fokus. Das hier vorne muss. Alles im Fokus. Das fällt allerdings kaum auf. Also mir ist es auch nicht aufgefallen beim ersten Mal. Aber so. Jetzt wenn wir gucken, so hat es ursprünglich ausgesehen. Jetzt sieht es so aus mit dem Defokus. Das ist ein bisschen zu viel sogar. So. Ah, interessant. Wenn ich hier weg mache, guck mal, dann hat er hier drin zu wenig. Aber wir haben ja Luminar Neo und können einen Effekt zweimal anwenden. Das heißt, wir klicken jetzt einfach auf was anderes drauf und klicken nochmal auf den drauf. Und dann können wir sagen, okay, wir wollen jetzt einfach nur, sagen wir jetzt einfach volle Lotte, machen wir wieder hier. Und zwar soll er nur hier jetzt den Defokus machen. Das heißt, wir machen jetzt erstmal alles in Fokus. Machen wir einen großen Pinsel. Und sagen, hier, mach uns alles in Fokus. So, kriegt ihr das jetzt hin. Okay, mach uns alles in Fokus und mach uns das kleine Löchlein im Arm drin hier. Lass uns das defokussieren. Ah, jetzt bin ich ein bisschen schnell hier. Also da muss man sich schon ein bisschen Zeit nehmen. Wobei, ich habe auch das Gefühl, als würde er hier noch ein bisschen nachhelfen beim Maskieren. Kann auch sein, dass ich mich täusche. So, ich mache das jetzt wie so oft quick und dirty, dass du das Prinzip siehst, was man eben mit Luminar Neo machen kann. So, das muss jetzt reichen. So, einmal weg. Machen wir mal die Maske weg. So, okay, jetzt ein bisschen zu stark ist das da. So, jetzt passt's. Und jetzt guck mal, wir haben hier einfach zweimal Portrait-Poket. Einmal, das dauert immer ein bisschen, einmal ohne unser hier zusätzliches Unscharf machen und jetzt hier mit unserem zusätzlichen Unscharf machen, jetzt ist es hier mit drin. Und so sieht es auch schon ganz gut aus. Aber wir können auch weiter Dinge machen. Zum Beispiel können wir Gesicht aufhellen hier. Hat das gemacht. Das ist ein Problem von Luminar Neo. Man muss echt lang warten, ja, jetzt macht das. Bis er die Sachen erkannt hat und bis sich Änderungen ergeben. Aber du siehst, vorher, nachher, vorher, nachher, er hält das Gesicht ein bisschen auf. Dann können wir natürlich so einen Quatsch machen, wie schlanker oder nicht schlanker. Das kann man beim Gesicht lassen. Mund, Augen, da muss man es gar nicht machen. Augen bringt hier überhaupt gar nichts. Können wir zumachen. Mund, können wir Lippensättigung, die ein bisschen roter machen. Zähne bringt uns nichts. Lippenbeton, Lippenrötung, können wir ein bisschen roter machen. So. Haut müssen wir auch nichts machen. Körper, da freut sich meine Frau. Gestalt können wir zum einen in die Richtung ziehen. Und, Achtung, muss ich aber ganz schnell wieder wegmachen. Oder man könnte es auch so rummachen. Also, es ist ein bisschen übertrieben, auch so ein kleines bisschen. Kann man natürlich nachhelfen. Genauso wie man den Bauch hier ein bisschen kleiner machen kann. So. Da freut sie sich, wenn ich das mache. Und ich würde sagen, das war es auch schon. Also, quick und dirty kann man aus diesem Bild, dieses Bild machen und aus so einer alten Kompaktkameraaufnahme, wo einfach alles scharf ist, eben eine Unschärfe in den Hintergrund einbauen. Und das geht mit Luminar Neo einfach super gut. Und vor allem dadurch, dass man eben Effekte mehrmals anwenden kann, mit diesen Änderungen hier, kann man eben auch solche Sachen beheben, wie dass die Unschärfe hier drin nicht so ganz passt. Weil ich jetzt gar nicht weiß, passt sie jetzt? Gucken wir mal, sieht so aus, als könnten wir ja trotzdem noch ein bisschen stärker machen. Aber gut, das sind jetzt Spielereien. Es geht ja, es geht ja ums Prinzip. Es ist ja total geil. Also, dieses Portrait-Bokeh, das ist so ein Punkt, das geht nur bei Luminar Neo so geil. Oder bei Luminar AI war das ja auch schon. Bei Luminar Neo ist es noch ein bisschen besser. Das ist schon wirklich ein gewaltiger Grund für diese Software. Aber um einen Bogen zu einem meiner letzten Videos zu bringen, wenn man jetzt dieses Bild noch durch Remini schiebt, oder die Remini-App, ich verlinke das Video da oben, dann siehst du hier, original, wir haben jetzt ein Wasserzeichen drin, weil ich eben jetzt nicht die Vollversion habe. Aber da wird es gleich nochmal viel schärfer, also wenn ich jetzt hier das groß mache, dann siehst du ja hier, hat es eben Luminar nicht so richtig scharf gekriegt, weil er eben die Ränder da raus gemacht hat. Und das Gesicht war ja von vornherein nie richtig, aber durch Remini durch haben wir sowas. Und das aus so einem alten Bild, das ist schon geil. Kommen wir aber zum Fazit. Und im Titel steht ja schon, ist Luminar Neo jetzt endlich brauchbar? Also, es war ja vorher schon brauchbar und es wurde jetzt noch brauchbarer. Aber trotzdem finde ich es ein bisschen komisch, dass jetzt mit Version 1.0.2 Funktionen nachgeliefert wurden, die der Vorgänger schon konnte. Und die jetzt halt erst, dass die nicht, also die müssen eigentlich gleich bei Version 1.0.0 drin sein. Das ist auch der Grund, warum ich zur Version 1.0 kein Video gemacht habe, weil es sich eben im Vergleich zur Early Access Version nicht mehr so viel getan hat. Okay, es sind Ebenen dazugekommen, wobei das auch nicht ganz rund implementiert. Also man kann nicht zwei Raws zum Beispiel übereinander legen. Oder es ist die Funktion dazugekommen, dass man aufs Handy spiegeln kann. Das funktioniert auch ganz cool, wenn man im gleichen WLAN ist, muss im gleichen WLAN sein. Ja, auf jeden Fall, es funktioniert ganz gut, aber ist jetzt nicht so die Mega-Bringer-Version, dass ich sie vorstellen muss. Sondern ich finde, sowas wie Histogramm oder eine Undo-Funktion per Tastenkombination finde ich einfach super wichtig. Oder generell eine Undo-Funktion, weil so richtig gibt es ja nicht. Also das sind einfach Dinge, die meiner Meinung nach von vornherein in so einem RAW-Entwicklungstool drin sein müssten. Und die fehlen einfach. Außerdem habe ich im Hinterkopf immer Kommentare von euch, als ich Luminar AI vorgestellt habe. Das habe ich ja ganz spät gemacht. Ich bin ja ganz spät auf den Luminar-Zug aufgesprungen, wo es gleich hieß, oh Gott, Skylum, bleib mit denen weg, die Update-Politik. Und jetzt sehe ich halt selber irgendwie, dass ein bisschen unfertige Software auf den Markt kommt. Und von daher habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, das zu empfehlen, obwohl ich es gut finde. Definitiv als Ergänzung zu einem anderen RAW-Entwickler ist das super. Oder vielleicht sogar als Ergänzung zu Luminar AI. Und als eigenständiges, ja eigentlich, du siehst ja, man kann auch was damit machen. So ist es nicht, wenn man jetzt sowas wie Histogramm und Ando nicht braucht, dann ist das auch gut. Aber ich würde sagen, lass uns mal auf die Version 1.0.3 warten. Ob es dann komplett rund ist und ob dann meine Bauchschmerzen weg sind. Ich halte dich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Deshalb nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Ich verlinke dir hier noch, wie ich die Early Access Version vorstelle. Da zeige ich dir, wie das mit den Stromleitungen entfernen geht, wie das mit den Staubflecken entfernen geht und wie das mit dem Nachbelichten geht. Übrigens auch eine super Funktion, die es so, glaube ich, auch nur bei Luminar Neo gibt. Also hat schon coole Funktionen, dieses Ding. So ist es nicht, ja, naja. Hier noch eine Playliste zum Thema Bildbearbeitung und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.